Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen hier und herzlich willkommen zum fünften Last of Us DLC Let's Play! Ja, meine lieben Freunde, heute geht's endlich weiter. Ich freu mich schon richtig auf das Spiel hier. Und ja, wie ihr sehen könnt, hab ich mir eine neue Jacke zugelegt und einen neuen Pullover. Die Jacke passt auf jeden Fall perfekt zur Sonnenbrille. Ich hab mir gedacht, komm, gönnt ihr dir mal eine schöne rote Jacke, weil ich bin sowieso der Typ, der so auf diese knalligen Farben steht, die ein bisschen auffälliger sind und so. Ich bin dir einfach mal gegönnt. Ich bin dir ganz chillig, die Jacke. Und ja, würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt ins Let's Play hier. Wir haben ja hier aufgehört in der letzten Folge. Da waren ja die beiden am Tanzen, Elli und ihre Freundin. Und dann wurde die Freundin einfach, ja. Und die Freundin und Elli, die wurden dann beide angegriffen von den Klickern und von den ganzen Leuten da. Das war echt richtig krass gewesen. Und ich bin gespannt, ob wir da noch mal weiterspielen müssen oder ob wir nur hier bleiben müssen. Deshalb, ja, wir lassen uns einfach mal überraschen. Wir gehen jetzt hier weiter. Wir haben in der letzten Folge ja auch ein paar Gegner getötet. Mir geht es auf jeden Fall schon besser von der Erkältung her. Meine Mutter hat so eine dicke, fette Hühnersuppe gemacht. Da war Gemüse, Karotten, alles war da dran. Ich muss woanders lang. Okay. Wir sind schon direkt gleich da, aber nur der Weg ist versperrt. Der Weg ist versperrt. Gandalf der Weise versperrt ihn. Du kommst hier nicht vorbei. Ja, aber hier oben geht es weiter. So. Ja, wir haben das noch eine Flasche Bier. Flasche Bier. Freunde, ich bin gerade aufgestanden. Es ist Samstag. Extra das Let's Play für euch nehme ich das früh auf. Damit es auch früher bei euch ankommt. Also nicht, dass es wieder hier um 23 Uhr oder so kommt. Denn manche wollen ja heute Abend vielleicht den ein oder anderen Spielfilm schauen. Oder DSDS oder so. Alter. Fuck, ich habe Angst, dass jetzt... Oh, fuck. Seht ihr da rechts? Ich habe Bock, den gerade richtig, richtig so schön genau in seinen Kopf zu ballern. Freunde, schaffen wir das? Boom. Ja, geschafft. Ich hoffe, das war der einzige... Was war das? Da ist noch ein Klicker unterwegs. Messer. Klicker mit Messer. Fuck, fuck. Wo ist der? Wo ist mein Dings? Warum nimmt der den Bogen nicht auf? Sag mal, ist der bescheuert? Nimm die Bogen auf, Elli. Da redet auch die ganze Zeit jemand. Fuck. So, mach mir eine Flasche Bier auf den Kopf werfen. Komm her, du Rille, Peter. Eine Flasche in deinen Kopf. Hier, bam. Stuff. Der denkt sich so, ey, was ist hier los, Alter? Voll auf Rille, ey. Hä, was war das denn? Da gehen wir mal hin, oder? Gucken wir uns mal hier um. Ne, da ist keiner. Richtiger Scharmutter. Sollen die Klicker sich erstmal mit den anderen Leuten da boxen? Ja, genau so will ich das sehen. Die sollen sich erstmal boxen und ich chill hier hinten. So macht man das. Man lässt die Arbeit andere Leute erledigen. So muss es sein. So, der Klicker hat schon die Rille getötet. Der ist auf Rille, der Typ. Guck jetzt. Guck da hinten, der Kampf. Der Klicker greift an. Der Klicker zerbeißt ihn. Der Klicker hat gewonnen. Alter, das ist ja voll gut gewesen, oder? Seid mal ehrlich von mir. Ich hoffe, die anderen sehen mich nicht. Den schnapp ich mir. Von hinten. Den schnapp ich mir. Den schnapp ich mir, mein Freund. Ah, ah, zack. Messer. Die Ellie ist ja eiskalt geworden, ne? Guck mal, die sind alle mit dem Klicker beschäftigt und keiner sieht mich. Ja, ah, ah. Oh, scheiße. Fuck. Oha, scheiße. Hier, kriegst du ein Messer. Bam. Oh jo. Scheiße. Komm, Ellie. Drück, 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 drück. Scheiße. Komm, bam. Jetzt hier. Zaff. Geballert. Das war's. Siehst du? Ganz easy. Klicker getötet. Zwei Gegner getötet. Ohne irgendwas zu machen. So muss es sein, Freunde. Zack. Perfekt, Mann. Perfekt. So. Jetzt geht es auch schon direkt weiter. Wir müssen uns mal hier umschauen. Ich würde sagen, wir müssen da hoch. Aber wir gucken erst mal um. Vielleicht gibt es ja noch ein bisschen Munition oder so. Ja, Freunde. Es haben schon ein paar in die letzte Folge geschrieben, dass wir schon fast am Ende des DLCs sind. Das ist echt mega scheiße. Aber, Freunde, ich kann das Spiel einfach nicht aufhören. Von daher werde ich auf jeden Fall auch nochmal den Multiplayer-Modus anzocken mit euch. Und, ey, ich weiß jetzt schon, wenn das letzte Let's Play zu diesem Spiel online kommt, ob Multiplayer oder Offline, ich werde heulen. Mir werden die Tränen kommen. Ich sag's euch, Freunde. Guck mal, die schöne Familie. Alle sind locker gestorben und alles, ey. Richtig scheiße, sowas, ey. Das ist krank, was sich hier verändert hat. Man fühlt das einfach mit. Man fühlt es mit. Das ist einfach krass. Wir heißen ja nicht umsonst hier viel Gaming-TV. Sonst würden wir heißen, Alter, wir fühlen nix TV oder so. Scheiße, der war schlecht, aber egal. So, jetzt geht es hier direkt weiter. Wir müssen das Tor nämlich hochschieben. So. Schauen wir uns mal direkt hier um. Halten. Beta ziehe die Scheiße hoch. So, da sind wir auch schon direkt. Da waren wir vorhin auch schon. So. So. Guck mal, die Brille. Ah, scheiße. Brille auf Boden gefallen. Egal. Brille auf Brille. Hier waren wir doch schon mal. Wisst ihr das noch, Freunde? Hier war doch irgendwo dieser Puppenladen und sowas. Wo ich mich voll erschrocken habe am Anfang. Aber es geht auf jeden Fall dort weiter Richtung Flugzeug. Aber hoffentlich müssen wir noch mal das mit den anderen spielen. Also mit Riley und Ellie. Von damals. Weil die wurden ja gerade attackiert, wo wir da waren. Da habt ihr ja gesehen. Die haben voll laut Musik gehört. Da habe ich mal einen Freestyle rausgehauen. Und wisst ihr noch, meinen geilen Freestyle. Alter, wie ging der denn noch mal? Ich bin voll vergessen wieder. Alter, war richtig schlecht, Mann. Oha. Ja, wir machen das schon. Such dir weiter. Ich will keine Überraschung. Boah, habt ihr den gesehen? Oh mein Gott. Was ein Headshot, Alter. Der war echt krank. Könnt ihr mir sagen? Oh jo. Was macht der denn hier? Versteckt sich hier. Neben mir. Boah. Wieder ein Ellie aber auseinandergenommen. So ein kleines Mädchen vergewaltigt quasi. So ein Mann, ey. Richtig geil. Oh jo. Was war das denn? Fuck, mal langsam kriege ich hier Angst. Fuck, Freunde. Wir müssen aufpassen. Wir dürfen nicht sterben. Oh jo. Fuck. Der weiße Hai. Oh shit. Die anderen ballern auf mich. Fuck. Fuck, Freunde. Unser Leben. Wir sind fast tot. Ja. Ja, wir sind tot. Ja. Scheiße. Krank, Alter. Das war echt schwierig, Freunde. Alles klar. Bis gleich. So, Freunde. Genau hier sind wir ja gerade gestorben. Jetzt gehen wir mal direkt runter. Wir schauen mal, wo die Gegner hier kommen. Vielleicht kommt da ja gleich schon direkt einer. Deshalb Pfeil und Bogen schon mal anspannen. Düm, düm. Oh, da hinten. Habt ihr den gesehen? Guck mal jetzt. Bam. In seinen Magen. Ui, oh. Fuck. Was macht der denn hier? Boah. Alter. In seine Fresse rein. Von so einer nahen Distanz. So muss es sein, Freunde. Da. Ey. Hier, du Lappen, Alter. Alter. Boah, dieser Pfeil und Bogen, das geht echt mega ab. Oh, fuck. Da ist wieder der Nächte. Fuck. Fuck. Von hinten, Alter. Nein. Alter. Quasi sind wir schon fast tot. Scheiße, schnell Leben herstellen, Alter. Die Ellie stellt einfach noch Leben hier auf Rille. Die ist doch bescheuert. Fuck. Lade dich auf. Lade dich auf. Lade dich auf. Komm, 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 komm. Alter, ich habe niemals gedacht, dass wir das gerade überleben hier. Also Pfeil und Bogen geht echt mega ab. Ah, Mann. Manche brauchen irgendwie zwei, drei Schüssel, manche nur eine. Kommt, glaube ich, darauf an, wie fest der Bogen gespannt ist. So. Da ist unser Bogen. Pfeil und Bogen. Hallo. Da war doch gerade jemand. Da ist er. Bam. Boah, ich liebe das, damit rumzuballern. Das macht echt verdammt Bock, muss ich ehrlich sagen, Freunde. So. Zeigt euch. Da war 100% noch einer. Hä? Hat er sich in Luft aufgelöst? Ah, ich dachte schon, der hat diesen Harry Potter Umhang angehabt, Alter. Den unsichtbaren Tarnmantel. Boah, Alter. Ellie gibt richtige Headshots wie John Wick. Ich habe gestern den Film John Wick gesehen. Kennt ihr den? Der ist momentan im Kino mit Keanu Reeves. Richtig geiler Film, ohne Witz. Also die Kampfszenen sind echt unglaublich. Also lohnt sich auf jeden Fall ins Kino zu gehen. So. Okay. Oh, da hinten. Boah. Ist ja direkt explodiert mit seiner scheiß Flamme da. So, alle sind tot. Wir müssen auf jeden Fall hier rein. Dann sind wir, glaube ich, direkt bei Joel. Ja, ich wusste es doch. Perfekt. Alter, das war gerade aber echt verdammt schwer. Oha. Fuck, Mann. Ich habe es gewusst. Oha. Wie viele kommen denn da? Das ist ja gerade hier echt schwieriger als die Kampagne. Sorry. Das ist ja gerade echt schwieriger hier als die Hauptstory, Freunde. Wir haben keine Munition mehr. Wir sind einfach nur gefickt, könnte man auf gut Deutsch sagen. Scheiße. Was machen wir denn hier? Ey, Mann. Ich habe gedacht, komm, wir spazieren wieder schön zu Joel rein. Und dann wechseln wir rüber zu der anderen Story. Aber nein. Das muss natürlich hier wieder. Alter. Können die mal chillen? Was macht der denn auf einmal hinter mir, Mann? Die kommen von jeder Ecke? Scheiße. Nein. 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 Fuck. Das ist mir so knapp hier. Fuck. Ich brauche Leben. Scheiße. Oh, fuck, Freunde. Guck mal, unser Leben. Das wird schon nicht mehr angezeigt, so krass ist das. Fuck. Ach, du Scheiße, Freunde. Wir sind einfach nur Armageddon gefickt. Fuck. Scheiße. Oh, Mann. Fuck. Ich wurde gerade gesehen. Du hast Geräusch gehört. Wir sind tot. Ja. Jetzt ein Schuss. Wir sind tot. Wir rennen einfach mal hier hoch. Freunde, das ist gerade so eine Spannung hier. Seid mal ehrlich, ey. Ob wir das überleben oder nicht. Das ist hier die Frage. Oh, fuck. Oh, fuck. Ah. Oh, fuck. Habe ich den getroffen? Ja, Mann. Der ist tot. Okay. Und was machen wir mit dem anderen da? Der zielt gerade perfekt auf uns. Oh, von hinten. Ja, das ist echt verdammt schwer, Freunde. Alles klar. Bis gleich. Oh, korrekt, Freunde. Das hat der sogar gespeichert, Alter. Korrekt. Ey, viel besser als bei Fuck, right? Oh, fuck. Scheiße. Ja, ich verarsche ihn. Erstmal, ich rief eine Flasche dahin. Der. Hä? Was war das denn? Eine Flasche? Oh, fuck. Den müssen wir uns aber zuerst holen. Ah. Perfekt. Schön mit dem Messer. Jetzt haben wir seine Snipe-Powels. Jetzt wird gefickt, Alter. Jetzt wird gefickt, ihr kleinen Pisser. Oh, jo, jo. Guckt euch das jetzt an. Mit dem Jagdgewehr. Oh, jo, jo. Jetzt werde ich die alle platt machen. Kommt her. Boah, 13. Ne, wir haben drei Schuss. Ich hab gedacht, 13. Kommt her. War am, Junge. Direkt tot. Lappen, Alter. Komm her. Und du auch. Hier. Oh, oh, oh. Geil, ey. Einfach nur auseinandergenommen. So, wir müssen jetzt gucken, wo noch weitere Gegner sind. Seht ihr irgendwo welche? Waren das die einzigen? Ja, korrekt. Oh, jo. Ah. Ich fahre keine Munition mehr für die Waffe. Achso, du hattest ja aber gesagt, Infizierte sind hier. Müssen wir aufpassen, Freunde. Ich seh da aber noch nix. Wir müssen aufpassen, Alter. Komm. Dürfen nicht. Oh, fuck. Oh, fuck. Da, Klicker. Nein. 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 Fuck. Schnell. Ah. Fuck. Gegner von links, von rechts. Klicker. Hilfe, 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 Hilfe. Lauf. Fuck. Scheiße. Ich brauch Munition. Renn weg hier. Weg, 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 weg. Ah. Ah. Weg, weg, weg. Lauf, lauf. Scheiße. Fuck, fuck. Ich hasse es, wenn ich verfolgt werde in Spielen oder in der Realität. Hilfe. Oh. Oh. Oh mein Gott. Ich krieg da bei sowas echt Paranoia, oder? Boah, Junge, ey. Fuck, haben die mich alle... Die haben mich des Todes erschrocken. Die dürfen ja nicht hochkommen. Ey, wo sind die hin? Da, der Klicker. Ey, die anderen sind so schlimm, ne? Wenn die anfangen zu rennen, dann ist es echt vorbei. Ich sag's euch. Ich mach keinen Spaß, Alter. Wenn die durchziehen, ey. Dann bin ich durch, ey. Da, Klicker. Der Klicker ist der wichtigste. Hier. So, perfekt. Der Klicker ist tot. Wie viele andere leben denn noch? Alter, Schwede. Ah, perfekt. Hier. Vier Pfeile, Alter. Ja, unsere Rettung, Freunde. Und noch ein Klicker. Komm, direkt auf seinen Kopf. Oh, fuck. In deiner Arm. Ey, warum treffe ich denn nicht mal? Und gerade bin ich richtig schlecht mit den Zielen. So, perfekte Klicker ist schon mal tot. Ich muss auch nur noch diese Affen da töten. Hier, einfach mal Ziegelstein da rein. Und der denkt so, hey, Ziegelstein? Was ist das denn? Oh, perfekt. Munition, Alter. Projekt, dass auf einmal alles hier rumliegt, ey. So, komm. Jetzt hab ich noch sechs Schüsse für zwei Gegner. Ja, perfekt. Die brauchen drei Schüsse. Oh, nein. Der kommt so hoch. Oh, nein. Oh, nein. Das war überhaupt nicht gut. Ey, Mann. Ich bin voll nervös gerade. Ah, der kommt. Headshot, Headshot. Bam, Junge. Ah, ah. Hab ich dem gegeben, Alter. Mein. Wenn mich jemand hört, denkt nicht mal dran, mich zu überraschen. Sonst geht's euch für eure Freunden. Na? Ja? Na. Die Andy hat gerade Angst bekommen. Hä? Ja, geht wieder auf. Endlich. Bitte, hoffentlich kommt jetzt kein Gegner mehr. Ich hoffe, du lebst noch, Joel. Jetzt haben wir endlich den Medizinkasten geholt und können wir Joel heilen. Krass, ist ja direkt da drin, Mann. Der hat den einfach da hingelegt. Mitten in dem Raum. Oha. Fuck, jetzt geht's hier weiter. Oh, scheiße. Die Klicker verfolgen uns. Er ist wieder mal im Beat. Yeah. Oha. Fuck, Freunde. Wir sind gefangen, Mann. Das ist die Freundin, die damals gestorben ist, Mann. Das heißt, sie wird vielleicht sterben, ey. Scheiße. Egal, Freunde. Komm, wir machen das jetzt. Wir kriegen das hin. Gemeinsam sind wir stark. Komm, komm. Scheiße, irgendwas zum drunterstellen. Wo? Da, da. Der Werkzeugkasten hier. Komm, Laufkasten. Komm, schnell, 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 schnell. Jetzt zieh durch. Oh, und jetzt? Oh, schön, Ridy. Hat die Munition? Scheiße. In dem Alter konnte Ellie, glaube ich, noch gar nicht schießen. Guck mal, wie klein und dünn die da noch waren. Oh, fuck. Das ist gerade eine Spannung hier. Das macht gerade mega Bock mit denen. Fuck, da kommen sie schon. Zieh durch. Lauf, lauf, lauf. Fuck. Oh, nee. Jetzt werden wir hier wieder verfolgt. Ich hasse es, verfolgt zu werden. Fuck, 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 fuck. Lauf doch, Riley. Guck nicht nach hinten. Lauf. Ah. Oha, oha. Weg, 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 weg. Quier, quier. Bam. Nochmal hier. Bam in deine Fresse. Und dann kickst du in deine Fresse. Raus hier. Dreh oben, Ellie. Lauf, lauf. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Komm, wir helfen, Ellie. Schnell, schnell, schnell. Wah, Junge. Ich konnte ja schon damals mit dem Messer. Sauber, die Ellie. Jetzt zieh durch, zieh durch. Lauf, lauf, lauf. Weiter, weiter. Warum haben die doch diese scheiß Musik so laut angemacht? Fuck, 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 alter. Komm, komm. Zieh durch, zieh durch. Boah, das ist gerade mega geil hier. Oh, fuck, rechts, rechts. Dreh rein. Mach die Tür zu. Nein, die geht nicht zu. Lauf, lauf. Wohin? Fuck, 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 fuck. Oha. Boah, fuck, das macht gerade mega Bock, hier wegzurennen. Das ist wie bei Assassin's Creed gerade hier. Ohne Spaß, Leute. Komm, zieh hoch, zieh hoch, zieh sie hoch. Lauf, 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 lauf. Alter, die kommen ja auf einmal von überall, Mann. Das kann doch nicht sein, nur weil wir den Freestyle hier gerappt haben. Die dachten sich bestimmt, boah, der rappt so scheiße. Dann müssen wir mal direkt vorbeischauen. Das war locker alles mein Rap schuld. Das waren die gar nicht mal schuld wegen der Musik, sondern wegen meinem Rap, ey. Wegen meinem Freestyle. Oh, nein. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ja, ist klar, die können, die können die Ellie, die auf einmal alle weghalten. Die zeigen bestimmt gleich, wie Ellie gebissen wird. Scheiße. Nein. Schnell, 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 schnell. Fuck, Alter. Scheiße, ich glaub, die wurde gebissen, irgendwie. Bitte nicht. Ich glaub, das war's. Ellie. Ellie, dein Arm. Scheiße. So fing alles an, Freunde. Nein, 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 nein. Boah, diese Musik wieder, ey. Ach, du Scheiße. Genau, davon haben die am Ende des Spiels noch mal geredet. Boah, fuck, Alter. Boah, krass, ey. Ellie hat den Joel einfach gehalten. Ich weiß, was ich tue. Gehild, ey. Bin quasi ein Experte. Fast. Ach, du Scheiße, ey. Bleib ganz ruhig. Ganz ruhig. Jetzt muss sie ihn auch noch heilen, obwohl die gar keine Ahnung davon hat, ey. Respekt an dieses Mädchen, Alter. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ja, beide sind infiziert jetzt. Davon ist noch mehr zum Zerschlagen. Warum jetzt nur... Wie ich das sehe, gibt's zwei Möglichkeiten. Wir geben uns die Kugel. Nummer eins. Wir machen's uns einfach. ...ist schnell und schmerzlos. Bin aber kein Fan von Nummer eins. Zwei. Wir kämpfen. Kämpfen wofür? Wir werden zu einem von diesen Dingern. Wir hätten bis heute schon so oft draufgehen können. Und wer weiß, was bis morgen noch alles passiert. Aber wir kämpfen. Um jede Sekunde, die wir zusammen sein dürfen. Ob zwei Minuten. Oder zwei Tage. Das geben wir nicht auf. Ich will das nicht aufgeben. Ich sag, lass es uns aussitzen. Wir gehen es... ...romantisch an und werden gemeinsam wahnsinnig. Und Nummer drei? Sorry. Komm. Verschwinden wir hier. Wie leisekalt ihre beste Freundin, Alter. Traurig bin ich voll. Wir haben's durch, Freunde, Alter. Wir haben's durch. Boah, fuck, ey. Diese Musik, ne? Allein deshalb kommen mir schon die Tränen wegen dieser Musik, Alter. Ihr geht einfach so unter die Haut. Ich schwör, Musik ist bei sowas 80%. Das ist über die Hälfte der Miete, Musik. Alter, was ein schönes Lied wieder. Und, ey, scheiße. Wir haben's durch, Freunde. Wir haben Last of Us komplett durch. Die Kampagne. Left behind. Jetzt kommt nur noch der Online-Multiplayer-Modus, Alter. Fuck. Ja, Freunde. Ich würde sagen, überspringen das Ganze jetzt mal. Und, ja. Fuck, Alter. Da kamen einfach wieder die Tränen. Scheiße. Aber das Spiel ist doch echt so geil. Da fühlt man einfach mit. Ich kann das echt nicht in Worte fassen, was man da für dieses Spiel mitempfindet, Alter. Das hört sich jetzt voll ein bisschen pussyhaft an, Freunde. Gebe ich zu. Aber bei sowas bin ich echt emotional dabei. Ihr kennt mich ja. Ich hab nur zwei Seiten. Einmal hier die emotionale Seite. Einmal hier so die lockere, chillige Seite. Und bei sowas, Alter, da kann ich das einfach nicht verbergen, wie gesagt. Da muss das einfach alles rauskommen, ey. Weil hinter diesem Spiel, da steckt einfach Geschichte. Da steckt Story hinter. Da stecken Emotionen drin. Leidenschaft. Da ist einfach alles mit verbunden in diesem Spiel. Action, Dramatik, Liebe, alles. Da ist einfach alles komplett dabei. Und deshalb gebe ich dem Spiel einfach eine 10 von 10 Punkten. Also das beste Spiel, was ich jemals gespielt habe, Freunde. Und ja. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich auch an dieser Stelle vom letzten Left Behind Let's Play, Freunde. Ja. Es wird auf jeden Fall noch dazu ein Online-Multiplayer-Let's Play geben. Keine Sorge, steht da Fraktion Multiplayer. Wähle einer Fraktion und kämpfe online gegen andere Spieler um Vorräte, um deinen Clan zu erweitern. Ja, wir gucken uns das auf jeden Fall mal nächstes Mal in Ruhe an. Wenn das nicht so gut sein sollte, ja. Dann wird das das Ende gewesen sein von Last of Us. Aber ich werde auf jeden Fall den Modus nochmal antesten, sodass das hier nicht das letzte Last of Us Let's Play ist. Ey, das ist schon so schlimm, was zu sagen. Das letzte, Alter. Fuck, Alter. Ohne Witz, ey. Ich will nicht, dass ihr das Spiel aufhört. Es ist quasi wie der Sucht geworden für mich, ey. Ja, Freunde. Das war's dann jetzt auch. Von Left Behind, ey. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Euer Öni ist raus. Wir sehen uns dann auf jeden Fall nächste Woche beim Anfesten des Multiplayer-Modus. Und ja. Morgen geht's weiter mit Frag den Rille, Peter. Euer Öni ist raus. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Haut rein. Und ciao.